hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch eine weitere einfache und kostenlose möglichkeit zeigen unser desktop und oder webcam aufzunehmen und die videos auch ein bisschen bearbeiten und direkt teilen bzw bei youtube hochladen bei bedarf natürlich und zwar gibt es da eine erweiterung für den google chrome browser wir müssen also nicht mal großartig irgendetwas herunterladen und installieren die erweiterung heißt screencastify und die finden wir hier in den chrome webstore ganz offiziell also einfach nach screencastify hier suchen das ist das ja also unter erweiterung hier wie gesagt und schon haben wir unser erweiterung ja das ist das erste ergebnis hier screencastify screen video recorder hier müssen wir einfach auf hinzufügen klicken und noch mal bestätigen hier erweiterung hinzufügen und genau an der stelle vielleicht noch mal der hinweis dass wir am besten mit einem google konto angemeldet sein müssen oder sollten auf jeden fall ich bin jetzt schon angemeldet hier ja und hier sehen wir ja schon dass ich klicke das jetzt einfach mal weg hier dass hier oben rechts in den google chrome browser ja meine erweiterung hier dieser pfeilchen erscheint ja und ich klicke habe jetzt drauf geklickt ich mache das mal auf deutsch hier genau und schon öffnet sich hier einen neuen tab hier müssen wir noch mal zwei drei schritte befolgen ja wie gesagt anmeldung mit google konto es ist sehr empfehlenswert die videos werden dann auch automatisch auf dem g drive hier also den auf dem google drive gespeichert ich klicke jetzt aber weiter hier anmelden ich war jetzt eigentlich aber schon angebildet genau dann haben wir schritt zwei hier kamera mikrofon also die berechtigung hier festlegen halt zeichen und andere tools hier nächstes ich lasse alles mal aktiviert hier und lasse alles zu damit das auch alles funktioniert da hier und ja schon regnet das konfetti hier das sieht so gut aus wir können jetzt unser bildschirm aufnehmen zack einfach drauf klicke hier desktop meinetwegen auswählen ich lasse das jetzt einfach mal alles so und einfach ja rekord und schon startet die aufnahme beziehungsweise ich habe jetzt hier drei bildschirme ich muss eins auswählen ich nehme mal den ersten hier mit einem doppelklick und schon ja startet er kann da und hier und die aufnahme läuft jetzt das ist jetzt die webcam meine webcam die gerade nicht angeschlossen ist sagt und ja hier unten links haben wir noch mal vielleicht ein paar hilfreich tools ja vielleicht wie zum beispiel hier maus pointer hier oder wenn wir eine maustaste klicken dann erscheint dieses rote kreis hier drum rum ich schalte das jetzt einfach mal aus hier dann haben wir so ein stift hier ein marker da können wir hier ja irgendwas malen vielleicht ja ein radiergummi haben wir noch damit dem ist wieder weg radieren hier und hier okay mit dem webcam das ist jetzt nicht angeschlossen bei mir wie gesagt ja das war es im prinzip auch schon alles ja wenn wir jetzt fertig sind einfach mit beenden hier freigabe werden okay und schon ist die aufnahme jetzt beendet und in einem neuen tab können wir das noch mal alles sagt drauf spielen hier können wir noch mal kurz bearbeiten bzw genau ich habe das jetzt lokale ausgewählt dass es die videos lokal gespeichert werden offen rechner damit wir dieses editor hier nutzen können müssen wir als speicherort des google drive eben auswählen und ja hier genau hier auf der rechten seite haben wir jetzt ein paar optionen hier teilen wir können das jetzt okay die sind jetzt bei mir ein bisschen blöd weil sind alle deaktiviert und zwar deswegen weil ich man muss hier wenn man alles hier optimal nutzen möchte bzw wenn man es braucht halt zum teilen und so weiter muss man hier das standard speicherort hier google drive auswählen genau ich mache mal ganz schnell eine kurze aufnahme vielleicht damit wir die optionen hier bildschirm 1 ok kann dann läuft aufnahme läuft und ja ich sag und jetzt stop hier und haben das neue video deutsch ok und das ist jetzt hier mal ein paar tabs das ist jetzt das neue video denke ich genau und hier haben wir jetzt die wirklich läuft kupsala möglichkeiten aufnahme läuft ok eben mit diesem google classroom hier zu teilen ja wenn wir schule oder lehrer sind vielleicht für online unterricht das brauchen wir jetzt nicht oder eben auf youtube zu veröffentlichen wir können hier einen youtube kanal hinzufügen beschreibung hinzufügen und direkt hochladen hier können wir ja ein beten das ist der code hier in ein frame halt von irgendwo auf einer webseite vielleicht ein zu beten dann haben wir hier mal die möglichkeit per e mail jemanden zu versenden direkt das video oder ein quick response code hier ein qr code generieren mit dem link zum video oder hier herunterladen ja wir können das als mp4 exportieren oder nur die audiospur eben exportieren ein giefer stehlen wenn das wieder nicht allzu lang ist wahrscheinlich wenn wir jetzt hier herunterladen dann wird das heruntergeladen als wbm ok als mp4 exportieren alles klar genau das war es im prinzip aber auch schon alles was ich euch jetzt zeigen wollte ich bin jetzt auf dieser erweiterung irgendwie mal wieder mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen und fanden diese interessant und dachte mir das ist in einem oder anderen wahrscheinlich helfen kann ich hoffe dass du das auch wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach einen kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch wenn es euch gefallen oder weiter geholfen hat abonnieren nicht vergessen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal